Leute hier, jetzt! Die oberste Direktive Die oberste Direktive Ja Ja, jetzt mal schauen Wo sind wir denn überhaupt? Zum siebten Defekte Brücke, ach ja, wir müssen hier Über die Brücke wieder, ne? Wie kommen wir da ein bisschen hin? Über den fünften Ast Also wir sind dann Schon nicht schlecht hier Spinnen Spinnen können da übel sein Dann bewegen wir uns mal Rennen Los Spinnen können manchmal auch übel sein, kommt immer drauf an 92 Ist auch nicht zu verachten Ups Gott Sind wir wieder zurück? Getrallt Hat sie uns zurück Getränkt Naja, aber Auf der anderen Seite, na es müsste unsere Gruppe eigentlich Stärke genug sein Sehr gut Sehr gut So, du machst mal Du machst mal Ah, siehs Und das ist eben das Das Das, also sowas Kann ganz schnell Übel enden Haben wir eigentlich Lähm heilen? Ich muss gar nicht mehr ins hin Weißt du das? Lähmung heilen Wunden heilen Signen Lähmung heilen Na dann mach mal Ähm Wir machen mal Luna Mit drei Hi Und hoffen das Beste Den haben wir noch am Start Ne, leider haben wir nix Jaja, das ist mir Nur gut, dass Fenris dem Ganzen so ein bisschen widersteht Jaja Man weiß natürlich ja nicht Ja Man weiß natürlich ja nicht, ob ich mit drei jetzt da drauf muss Oder mit zwei Reichen Oh, gefährlich 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 Absolut Gefährlich Gotcha Was Nee Warte doch mal Absolut Gefährlich Ist der mal vergiftet? Uh Dann könnte es nur noch weghauen, ne? Wer werde toll? Wieder Wiederbelebung, kostet ja nix, ne? Kostet ja nix So, ihr kennt euch aus Oh man, das macht einen Wahnsinn Aaaaaaaaaaah His body is dead But what my theories are correct His spirit lives on in a paradise of peace Juri and, uh, new, nubile young women Echt? Dann will der doch gar nicht mehr zurück, wenn der mit Mädels zusammen ist In der Color Tour Ach Mann! Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Hallo? Wer hat Der hat Der hat Oder schläft Wo? Der sollte mir auch mal wieder Belebung sein können Und du wahrscheinlich, ne? Das ist mir klar Das ist mir sowas von klar Ich mach noch meinen anderen kaputt So, ja, hätte mir gar nicht gebraucht Gebraucht Ich 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 hab dir doch Die Rüstung Und Für was hab ich dir denn Ach, haltet mal den Mund Entschuldigung, Entschuldigung, bin leicht Ich bin Ach, Mann Die blöden Was sind das? Weil Vergiftungsspinnen Erd Wahnsinnig So, los Hau ihn um Wie viele Leute denn noch? 64 Hau den um Du Vergiftung heilen Jetzt Sofort Und du Und du Nee, du machst es nicht Weil der haut den wahrscheinlich dann wieder um Wenn ich Nee, nee, nee So, los Auf Juppi Klo Der hat ja alles an Statusveränderungen drauf, die es gibt Meine Güte noch eins Heil den mal, bitteschön Nee, nicht Vergiftung Unten So Wie geht's Achso, du musst noch Du musst noch Aber nicht viel Du machst mal so ein Das ist ein Ja, ja, ist ja gut Ist ja gut, ist ja gut Ist ja gut Ist ja gut Ist ja gut Ja, was ist Du musst mal... Vergiftung heilen, bitteschön. Bei Gatwick. Aber du schaffst es ja nicht, die Gans zu heilen. Dafür steigern wir ein bisschen deine Luftmagie. Na, und das ist ja auch was wert. Ist nicht länger vergiftet. Aber noch ängstlich, was soll's. So, sag mal, haben wir eigentlich noch so eine Wiederbelebung hier drin? Blitz, Feenstaub, ah, hier. Passt mal auf. Die teilen wir mal auf. Und zwar einen, den sollte doch eher Fenris bekommen. Und, was sag mal, ich hab doch gerade noch Wiederbelebung. Hallo? Wo ist die Wiederbelebung? Bist du hier? Ja. Ähm. Und dann noch einen. Ja. Was haben wir hier für Giftung, Klingemantel, Beschleunigung. Ja, dann... Kein Problem. So, Wiederbelebungspulver. Gegenstand benutzen. Auf. Ja, kein Problem. Was ist denn jetzt? Oh Gott, der kommt. Die machen... Die machen einfach... Jetzt kommt er. Jetzt, wo alles vorbei ist. Naja. Drei. Okay. Und den Rest machst du. Nee, halt. Ah, das zerklickt. So, ähm. Ja, mach mal. Hier, so. Dann sieht es doch schon mal wieder viel günstiger aus. Mach mal nochmal auf dich. So ein Zweier. Und du könntest langsam wieder mal aufstehen. Meine Gute. Well, thank goodness that's behind me. Feel like myself again. Little better. Better. Gut, gut. So, ich denke... Ja, ich hab schon vergessen. Wir müssen jetzt hier rauf, ne? Jo, könnte sein. Eventuell. Schauen wir mal. Ach ja. Hier waren die verschiedenen Äste. Wir haben gesagt, wir gehen wieder den Ast. Hm. Hm. So, dann... krexeln wir hier die Leiter hoch. Zack. Gefällt mir immer wieder. Schön. So, dann... ...über die Brücke drüber. Ja, über die Brücke. Das ist... Das ist doch die... Genau, die Gebaute. Die wir neu... Die wir neu... ...hergerichtet haben. Hergestellt. So, und jetzt hier wird's wieder interessant. Haben wir da schon... Und hier sind wir runtergefallen, ne? Kann mich noch schreckensgleich erinnern. Der Sechster ist. Und hier müssen ja die blöden Ratten sein, aber wir haben einiges... Nein, nein, erst mal nicht. Wartet mal kurz, er wird in Trouble. Und hier... Wartet, wartet, wartet. Jetzt kommt's drauf an. Waaah! Nein! Hm. Blöd. Blöd, jetzt stehen wir in den Rücken. Ich bin auf. Blöd. Echt blöd. Ich war hier zu... Ich hab mir gedacht, dass die jetzt gleich uns verfolgen. Hat ich nicht mit gerechnet. Ich mein, so, Feuerball vom Luna müsste hier Hunde wirken. Darf mal abgesehen. Aber sie sind trotzdem recht stark. So, passt auf. Wir gehen noch ein bisschen zurück. So. Jetzt wieder ein bisschen vor, zurück und vor. Und hier stellen wir uns mal drücken. Gut. Dann ein Feuerball von Luna. Und dann müsste doch das ganz gut... Genau. Volle Kanne natürlich. Sehr gut. So, die anderen hauen drauf. Jawohl. Du könntest... Du könntest... Du könntest... Eine kleine Segnung gestatten. Oh, nur eine kleine. So eine Zweiersegnung. Gotcha! Ne? Vielleicht hilft's ja was. Obwohl ich bin mit der Segnung... Da bin ich echt noch nicht so zufrieden. Muss ich jetzt mal so sagen. Mal schauen, was Luna hier reißt. Wenn die jetzt so hin und her quatscheln würden, könnte man mal sehen, was die haben. Ich mag nicht... Ich mag keinen Rechtsklicken. Ich mag keinen Rechtsklicken. Ich habe das. Weil dann stoppt ja wieder alles. Und es dauert noch länger. Ja, ja. Also gegen die... Da ist kein Kraut gewachsen. Obwohl wir doch... Gewandtheit ohne Ende. Also eine Runde brauchen wir noch. Das alles. Oh, da treffen wir noch nicht mal unsere... Ardor. Da, schon wieder mal gelehnt. Wie viel auf die lähmen. Der ist schon wieder hin. Ich meine, ich habe denen wirklich eine Rüstung gegeben, aber es interessiert keinen Menschen. Es interessiert einfach keinen Menschen. Gotcha! Keinen... Wieso kannst du denn schon wieder nimmer? Das ist ja schlimm mit dir. Sehr gut. Das ist ja schlimm mit dir. Warum kannst du denn schon wieder keinen Feuerball mehr? Keine Punkte mehr, oder was? So. Nee. Du machst mal... Das, bitte. Und du... Auch. Achso. Ja. Na. Klar. Verstehe ich. Verstehe ich schon. Lass mir meinen Kaladur jetzt... Ich will den ja nicht schon wieder wiederbeleben. Ist ja grausam mit ruhig. Grausam. Der kam gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht, meine Freundin Luna. Dann mach mal noch gleich einen hinterher. Sehr gut. Zack. Ja, was machen wir mit dir? Ähm... Heil mal. Lähm... Wir probieren diesmal zwei. Ob es was bringt, ne? Mal sehen, ob es was bringt. Weih, ist vollkommen ausgeruht. Das ist schön. Dann schlag doch mal richtig zu, weih. Vier Schaden. Da fragt man sich doch. Warum? Ne, zwei reicht nicht. Reicht vielleicht doch etwas. So. Dann. Dann. Du. Halt's mal runter. Hier, bitteschön. Und du, er probier halt nochmal. Achso, willst du denn mal probieren? Dann mach sowas. Sehr gut. Von mir aus, mach sowas. Und Fenris, so. Der macht das mal gar nichts. Spar mal ein bisschen Magie. So. So schlimm sind die nur. Dass wir hier... Dass wir hier die Magie raushauen müssen, ohne Ende. Sieht doch gut aus. Ja, dann machen wir nichts Großartiges mehr. Dann. Auf. Na. Komm her, bitte. Ja, danke. Schwärmende Wespe. Zack. Weck to the air. How wonderful. How wonderful. Oh. Oh. Sag mal, könnt ihr nicht bitte langsam mal jemand einen Aufstieg vertragen? Wäre doch mal was. So. Dann. Weiter geht's. Schon wieder Monsterkund. Weiter geht's. So.